Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft WG. Heute mit den üblichen Verdächtigen hier. Creeper Kopf Julia. Hallo. Heiligen Schein Ria. Kuckuck. Und Mund unterm Kinn Meef. Hallöchen. Ich werde geschlagen. Sind die Mücken? Ja. Das ist so creepy. Hallo. Hi. Das war eine große Mücke und sie hat Fell. Ein altbekanntes Gesicht mal wieder in der WG. Ich habe einen ledrigen Schlauch. Er ist ja irgendwann mal ausgezogen, aber heute besucht er uns wieder. Ja, das ist eine schöne Butze. Also gefällt mir hier. Du hast du bis jetzt nur den unteren Stock gesehen, im Keller quasi. Echt? Okay. Das Ding hat einen zweiten Stock. Eigentlich sogar einen dritten. Kann ich mir hier Tools klauen? Ja, kannst du dich. Bedien dich. Wenn du gerade Liebeskummer hast, hier hängen auch ein paar Herzen, das ist kein Problem. Nee, das ist okay. Das ist okay. Prospekt das Pick brauche ich glaube ich nicht. Kein Plan, was ich heute mache. Wollen wir nicht in Dungeon gehen mit Hose oder was hatten wir jetzt mit Hose vor? Keine Ahnung. Warum habe ich jetzt den? Könnt ihr ja Müll nicht bei mir abladen. Ich würde sagen, ihr geht schon mal in Richtung Dungeon. Ja, da ist schon wieder aus, Mann. Krabbenvies. Habt ihr noch irgendwo Waffen? Ihr habt ja, ich meine, ihr habt ja richtig krasse sortierte Kissen Shit. Ja, ist egal. Pass auf. Nimm mal hier irgendwas anziehen. Da ist mal das und mal das. Wir waren letztens erst im Dungeon, deswegen haben wir das ein bisschen. Oh, nice. Ach, kriegt man aus dem Dungeon krassen Lut oder so? Du musst also dein Popo ein bisschen rausgucken lassen. Teilweise, ja. Das ist okay. Ich mag das, wenn ich meinen Popo rausgucken lassen kann. Ja, nee. Besser ist das, nee. Ja. Warte mal, gibt's hier auch Ton, Warm? Erde ist gut. Nee, Erde ist nicht gut. Ich habe mir nicht mal eine Kiste mit Rüstungen oder so. Da unten. Was? Ich muss noch mehr Rüstungen machen. Ich habe noch mehr von den Zeugen. Ah, ich habe letztes Mal ein Lederdings gefunden und hier reingetan. Hast du irgendwas, was aussieht wie eine Waffe? Ja, ich habe eine Kiste, die heißt keine Ahnung. Sehr gut. Ja, ich habe hier einen Matze. Ah, okay. Der ist aber nur gut gegen Skelette. Aber macht ja nichts. Aber das ist okay. Ja, genau. Mord und Tod. Habt ihr irgendwelche Steine oder irgendwas, was ich zum Staggen benutzen kann, die vielleicht nicht von der Gravity beeinflusst werden? Ähm, das ist tatsächlich etwas Mangelware bei uns. Okay. Alles gut, alles gut. Nicht das spezielle Holz, aber ich kann dir ein bisschen Douglas hier geben. Wo ist er denn? Ich habe mir gerade einen Coppersort geklaut in dem anderen Haus. Im anderen Haus? Das ist Julius. Ja, ich habe dir einen Coppersort geklaut. Jo, 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 jo. Ich kann dir dann Douglas hier ein Holz geben. Ich habe gerade einen rohen Fisch gefunden. Ich muss auch noch meinen Inventar ausräumen. Ja, ich habe da einen Fisch getötet und habe den Fisch liegen lassen. Okay. Und den nicht zum Trocknen irgendwo hingewiesen. Damit keiner sagen kann, du riechst da Fisch. What? Du riechst nicht da Fisch? Ja. Nein. Du bist Fisch. Was? Ich wollte sagen, du stinkst da Fisch, aber okay. Wow. 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 So viel Liebe. Brother? Love is in the air. Warte, 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 warte. Das mache ich anders. Brother? Warte, 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 warte. Ich kann dich gerade nicht. Warte, warte, warte. Jetzt, jetzt. Wo bist du? Warte. Ich hasse dich. Achso. Ich wollte sagen, love is in the air. Oh. Ich sollte es nicht rechts klicken, oder? Weil ich, dass ich nicht in eurer Questgruppe bin, ist das sonst doof für euch, ne? Ich glaube, wir wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Wir laden hier. Ihr habt keinen Hardcore-Questing-Mode aktiviert, oder was? Ne, keine Ahnung. Oh ja, stimmt. Das ist nicht enabled. Okay. Ich behaupte einfach, ihr seid eh schon sehr oft gestorben. Nein. Ein bisschen. Nein. 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 Man munkelt. Quatsch. Ich weiß immer noch, dass dieses Ding immer noch auf 50 Mal sterben steht. So ist es noch nicht gestorben, weil sonst wäre einer schon rausgeflogen. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Habt ihr Felder hier? Das ist ja krank. Ja, meinst du, warum wir so viel schimmeliges Essen haben? Weil ihr zu viele habt und deswegen schimmelt die Scheiße. Ja, wir brauchen Kühlschränke. Wir haben uns bemüht, unser Land hier, also wenn du mal auf der Map guckst, dann ist das hier alles schon ziemlich gerade geworden und eigentlich war das ein ziemlich schmarrner Streifen nur. Wir haben das hier, also du bist ja eigentlich hier, eigentlich war hier Ozean, wo du jetzt rumläufst. Ah, okay. Wait, what? Ihr habt das alles ausgehoben? Ne, wir haben ein bisschen getrickst. Da ist eine Holzschicht drunter und dann kommt da Erde drauf. Ach so. Ein bisschen getrickst. Hier tickst du nicht. Ein bisschen. Nein. Nein, das zauert auch nicht. Hier am Ende ist es sogar echte Erde. Aber hier kannst du das gut sehen. Ah, okay. Da kannst du dann auch da drunter gucken so ein bisschen. Oh mein Gott, ihr schwimmt ja richtig. Ich bin schon lange nicht mehr in diesem Pack unterwegs gewesen, deswegen so wait, what? Okay, sehr cool. Ihr habt euch quasi so eine Art Schwimminsel gebaut oder sowas. Ja, genau. Also auf hier Seite und auf der anderen Seite. Und wir gleichen hier so ein bisschen an. Wir machen die Berge weg und ja. Okay. Wow, ein Rewardbag in dem Rewardbag. Habe ich auch schon gehabt. The value is incredible, ja. Ich kriege immer nur die Mocken zerfressen. So, wir wollten Dungeon Hunting gehen oder so, ne? Braucht jemand TNT? TNT. Das ist Absicht, dass man hier nicht springen irgendwie so richtig spammen kann beim Rennen oder so. Oder mache ich was falsch? Bist du nicht satt? Ich komplett, ne. Hast du voll getrunken? Ja. Warte, jetzt habe ich auch voll gegessen. Da geht man immer so gebückt, ne? Echt? Ja, irgendwann kannst du fast nicht mehr gehen. Hunger ist nicht so schlimm, aber durstig ist abartig. Ja, also essen und trinken ist hier, ähm... Aaron, pass auf, dass du kein Meerwasser in deinen Wasserschlauch reinfüllst. Äh, Meef? 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 Meef, wo bist du? Ja, ja, ja. Er sagt Freshwater, mein Tag. Okay. Ich habe noch ein bisschen Öl für dich, das wolltest du noch haben, dann kannst du das noch irgendwo anwechseln. Ich weiß nicht, was du da mit hier dieses Teerölfläschchen drin hast. Ja, dankeschön. Brauche ich jetzt loslaufen. Zu welchen Dungeons wollen wir denn? Zu dem gleichen Obeletz? Ähm, weiß nicht. Nein. Du bringst immer schönes mit. Danke. Das muss man noch Inventar-Flatte da aufhören. Der nächste, der Tür aufmacht, kriegt ein mit meiner helle Beard auf dem Kopf. Oha. Oh, das war ein Meef. Ich habe es genau gesehen. Ah, nice try. Ah, schade. Versteckte sich irgendwie. Ja, ich habe den hier getroffen. Verdammt, bleib stehen. Bleib stehen jetzt. Wollen wir es in den Obelitz machen? Du wolltest doch was zum Rauchbauen. Meine Millimeter ist kaputt. Oh, nice. Blankkirchen. Oh, der schaust sich ja aufgeraht. Am besten ist hier dieser Ausgang. Der ist am besten. Hilfe? Ein ganzer Stack, wow. Hilfe? Man kommt noch nicht weiter. Ich bin durch die Map gefallen? Ja, dann nehmen wir halt das auch noch. Ich bin durch die Map gefallen. Wo bist du denn jetzt? Was ist gekommen? Na, wahrscheinlich unten. Ich bin einfach irgendwo durch die Map. Ein bisschen crashed. Nicht durch die Map gefallen. Ja, es war gerade ein Mega-Lag irgendwie. Ich stecke irgendwo drinne fest. Hose? Lauf nochmal zurück. Da liegen die Planken, die ich noch hingeworfen habe. Das war das Leck. Komm, ich wollte hier hin. Ja, ich merke das schon. Das wäre... Wo bist du denn jetzt? Man sieht die immer noch nicht. Ich stecke in irgendeinem Erdkaufen. Nee, du ziehst die auf der Erde. Ich habe das gerade hier gepostet. Hä? Was ist das? Also, Hose kann nicht hauen. Das geht. Ah, da bist du. Jetzt sehe ich den Kopf wieder richtig. Okay, jetzt sieht sie aus wie... Ähm, ähm, also... Was ist das? Also, das sieht sehr ungemütlich aus. Was macht ihr denn? Ich seh dich nicht kaputt. Mach dich nicht kaputt. Oh, oh, ich fall hier immer im MTP. Ja, das ist, weil Hose nicht schlägt. Hör auf, hör auf. Man kann deine Arme... Ich seh bei mir nur einen blauen Himmel. Dein Arm rotiert, als ob du die einpuppeln würdest. Lock dich mal aus und lock dich wieder ein. Das war die Weltmeisterschaft im Luftgitarrespiel. Von mir aus sah das anders aus. Ja, es hatte auch was von die Banane schälen, wenn du verstehst. Aber... Du verstehst, das ist meine... Oh, oh mein Gott. Wie bin ich hier denn hingekommen? Ich hab die ganze Zeit hier. Also, eigentlich hab ich mich hier hingeportet und, äh, Hose hat dich bis dahin geschlagen. Aber... Oh, oh, ich hab... Oh, oh, ich bin echt tot. Ich hab dich nur geschlagen, weil du getanzt hast, okay? Ich bin echt tot. Ich bin echt tot. Wie schimmst du denn jetzt? Warum? Ich weiß nicht. Ich hab noch 80 Leben oder so. Ja. Okay, und jetzt noch mal zum Ernstchen. Wollt ihr nur eine halbe Flachrichtig hauen? Nein. Nein. Wollt ihr zum... Bitte nicht. Wollt ihr zum gemeinsamen Dungeon... Die ganzen Sack voll Kartoffeln. Wollt ihr zum gemeinsamen Dungeon zurück oder wohin? Egal, ihr lauft vor, ich geh zurück. Ja, genau. Da, wo wir letztes Mal waren, da können wir uns da hin... also wir haben eine Regel in der Hose. Ja. Wir können uns Portspunkte machen, damit wir uns hinfahren können, damit wir nicht so weit laufen müssen. Die müssen allerdings immer 2000 Meter auseinander sein. Hose, bleib mal stehen. Also wir können nicht überall nur noch Portspunkte machen, sondern wir müssen wirklich 2000 Meter Abstand zum letzten Portspunkt halten. Äh, habt ihr alle einen Schlafsack, ja? Ja, nein, Hose nicht, oder? Doch, habe ich. Dann würde ich jetzt sagen, wir porten uns zum letzten Gemeinschaft am Dansen, wo wir letztes Mal aufgehört haben und porten einfach den, ähm, Hosen daher. Gibt es hier keine Teleporter? Nein, gibt es hier nicht. Deswegen haben wir die Regel eingeführt, weil sonst müssten wir nämlich immer vollkommen rennen. Okay, da scheißt, wir gehen. Ich liege, was war? Ach so, ist es schon, ne? Äh, was war denn die Screenshots zu Minecraft? War F2. Danke. Okay, weil ich hab, so, jetzt, nicht bewegen, holt mich, nicht, nicht bewegen. Wee. Ah, das funktioniert jetzt. Funktioniert jetzt nicht gescheit. Also, dann gehen wir zu gemeinsamer Dungeon und... Naja, ich kann's. Ich hab einen roten Wegpunkt, das sah so aus, als ob du ein rot leuchtendes Auge hättest. Du kannst F1 drücken, dann ist das weg, normalerweise. Hallo. Ich weiß nur, wenn du da stehst. So, ach so, mich darf ruhig einer porten. Mach ich jetzt hier. Ich habe keine Spitzhacke, fällt mir gerade auf. Ich habe zum Glück zwei mit, komm her. Ich habe auch nie welche verwendet. Ja, komm du einfach her, ich bin schon nicht unter. Ich bin, Julia geht jetzt vor. Die hat mich überholt. Wir sterben auch in solchen Häusern, ne? Das ist, äh... Was? Wir kommen nicht sehr tief. Alter, hier, die Treppe geht allein schon sehr tief. Ja, okay, das ist, äh... Wollen wir mal ganz runter gehen? Bitte lass mal die Mitte stehen und haut die nicht wieder ab, sonst sterben wir alle den Tod. Das ist doch echt easy. Die wollen immer keine Fackeln machen, weil das so umständlich ist. Ich habe keine Hose, okay, passt. Das Problem an den Fackeln ist halt, dass die nur eineinhalb Tage oder sowas leuchten, dann gehen sie aus. Das sind voll die Antihose-Fackeln. Ey, lass mal den ersten Stock aus hier, das gibt's eh nix. Ich mach immer, ähm... Oh, das ist ja direkt runter. Es gibt schon auch Sachen, aber da gibt's halt meistens auch Spawner, das ist das, was du mit dem Stock immer ausgelassen hast. Das hört auf uns zu, das wird lustig. Meine Fackeln sind nämlich immer die Kürtels-Fackeln. Oh mein Gott, Infernal-Mobs, wollt ihr mich verarschen? Was, Infernal-Mobs? Ja, die, die so Special-Effekte haben. Ja klar. Ja, es gab Mobs, die konnten wir nicht töten das letzte Mal, weil wir sie bauen haben. Was lässt du sagen, weil ich meinst, warum wir hier immer sterben? Ach, das ist ja gar nicht 1.10, hier kann ich ja spammen. Ja. Wenn wir uns auch noch durchlesen, dann hauen wir auch mit. Das ist kein Problem. Oh ja, ist ja gut, dann geht ihr mal fort. Ihr seid ja die Veteranen hier, ne? Okay, wir können das auch nicht. Ich, ich, ich komm nicht mal vorbei. Äh, das sind einige Mobs hier unten. Oh, wie viele sind denn da? Scheiße. Ich glaub, ich versorg mal was. Wo kommen die alle her? Ich glaub das schon. Bist du unten irgendwo? Ahaha, ja. Ich hab einen Lost Miner gesehen, dass er wütend sich. Ja. Hi. Hi. Hier fliegen Bücher, die schweigen die Zeit. Ich kann nicht, ich seh nix. Ich hab was getötet, ich weiß noch nicht was. Ich hab nicht was hau, dann treff ich Hose. Ja, bitte mich nicht hauen. Warte, ich geh mal kurz weg. Ich bin gleich tot und ich hab nichts mehr, was ich machen kann. Baby, I'm dying in a few seconds in three and two in one hundred. Oh, ich bin tot, ich bin so was von tot. Ich bin tot. Ich hab noch 17 Lämmen, alles gut. Ich hatte Punktestand 17. Yay, 17. Schon wieder. Okay, wer tp-t mich? Hey, wieso habt ihr euer Inventar noch? Sind ich? Nee. Okay, gut. Dacht schon. Wer tp-t mich? Moment, Moment. Ich mach's schon. Wie generiert man hier Leben? Also irgendwie... Es dauert. Ach, es dauert einfach. Es dauert verdammt lange. Und ihr wollt da jetzt einfach wieder runterladen oder lebt ihr noch? Ich bin doch da drin, ich komm aber auch hier nicht mehr weg. Ihr habt ge-cleared? Nein. Nein, aber ich will meine Sachen wieder... Ohne die kann man ja nicht viel machen. Okay. Ich glaub, man kann auch mit Sachen nicht viel machen. Das bringt einfach nichts ohne. Haben da jetzt jemand wo? Ja. Ich geh hoch, ich will die Fackeln machen. Du weißt, warum wir nicht so tief gehen Hose, ne? Und das ist grad mal Stockdeck 2. Oha, da ist er komplett gut ausgerüstet, da ist er, da, 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 da. Wir brauchen Fackeln. Nein, wir haben Ausrüstung schon aus dem zweiten und dritten Stock, so ist es nicht, aber wir kommen trotzdem nicht weiter. Das ist einfach bockerschwer. Richtig. Ich hab mich übrigens eingemauert, ne? Ich komm jetzt hier nicht mehr lebend raus. Ich hab 35 Sekunden im Stauert. Ich muss erst mal Fackeln machen, man sieht überhaupt nichts, wenn man da runter geht. Ja, Fackeln machen hier ist ein Spaß, ne? Ja. Also meine Meme-Map ist voll mit roten Kreisen. So viel kann ich euch sagen. Gleich. Ich bin auch einfach irgendwo durchgerannt, bin so oft abgebogen, dass ich irgendwo sicher stand. Das war, ähm, wahr. Weißt du weißt auch gar nicht so genau, wo du bist. Nö, ich hab keine Ahnung. Sehr gut. Du siehst Hose, nur Profis hier am Werk. Mhm. Er fühlt sich also wohl. Ja, genau. Wollte ich auch halt sagen. Also eigentlich ist das im Objekt nichts für uns. Es ist einfach sauschwer und wir können das eigentlich gar nicht. Wir machen es trotzdem. Können wir Blue oder Red-Steel machen? Also im normalen Terra Firma-Craft war das nicht so schwer. Copper? I think. Also im ersten Terra Firma-Craft, ja? Du möchtest mir jetzt sagst, aus was wird das gemacht? Nee, 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 nee. Das gab es schon bei dem, was ich gespielt habe. Aus was wird das gemacht? Äh, das ist normalerweise, aber wie heißt diese, diese Eisenschmelze, diese Blumen oder sowas? Und dann eine Foundry? Weil ich hab mit so einem Zeug schon angefangen, aber ich bin halt jetzt schon mal so weit gekommen, dass ich Kupfer und Zünd zusammen packen kann. Kann man das nicht mehr ganz normal in so einem Pit-Kill machen? Die Kupfer ist vorhin. Du hast es sofort erwähnt. Mit Lieblüften... Nikos... K-K-K-K-K-K-K-Kern-Plus... Ahk! Kr-K-K-Kern-Plus, ah... will ich mit Khat выпуск divorced. Ah? Also du hast eine Forge, da kann man es zumindest Fackeln sehr schön machen. Wo kommen denn jetzt her? Warte, jetzt muss mich kurz um... Warte, jetzt muss ich mich kurz... Habt ihr keine Schmiede oder so? Ja, jein. Also sowas in der Art schon. Also wir sind ja noch nicht sonderlich weit, ich kann dir ja später mal zeigen was ich schon habe. Folge aus, übrigens. Da ist es so ein Baumvieh, ich gehe auf den Weg. Ich stirb schon wieder. In dem Sinne, bis morgen. Tschüss. Tschüss.